So wie schauts jetzt aus? Dein Stream hat begonnen. So. Moin Leute. Willkommen für die, die das jetzt in YouTube sehen. Ich habe zwar gerade eben mit dem Labby probiert, aber da gab es noch ein paar Probleme mit der Verbindung. Da hat es gestockert und geruckelt. Wie auch immer. Also war alles sehr stockend. Keine Ahnung, was da los war. Ja. Und auf jeden Fall haben wir es jetzt wieder so gemacht, dass ich es jetzt wieder von meinem Handy aufzeichne quasi. Und somit auch ein besseres Bild quasi ist. Weil da muss ich nochmal ein paar Einstellungen machen. Ich habe gedacht, es funktioniert. Aber irgendwie haben wir da noch nicht so alles richtig raus. Muss ich mich erst mit dem Programm vom Labby und so alles befasst machen, weil Livestream-Kram habe ich bis jetzt noch nie befasst. Auch damals auf meinem armen Kanal nicht. Also von daher müssen wir uns da ein bisschen noch etwas gedulden. Das ist mir kein Mal von Himmel gefallen, ne? So. Ein Zuschauer. Wow. Das ist sehr reizend. Ja. Hier heute mal auf der Wii. Nicht auf der Xbox, wie sonst üblich. Kein GTR heute. Oder zumindest heute noch nicht. Geht's noch nicht. Später vielleicht. Heute Abend. Mal gucken, wann wir es machen. Ich tue dann nachher nochmal ein bisschen hier auf den Laptop drüber schauen. Vielleicht gibt es auch in der Kamera auf Lösungen von dem Laptop, weil das ist ja nur 640x480 Pixel. Und ich habe bei dem Programm ja 1280x420 Pixel. Empfängt ja YouTube dann eben zufolge auch zu wenig zu kleine Pixelzahl. Aber naja, gut, egal. So, wer schaut hier alles zu? Eine Person. Das ist ja sehr reizend. So. Ach ja. Ich darf mal wieder nicht vergessen, zwischendurch nochmal einen Queenshot zu machen. Ja, in welcher Welt sind wir jetzt hier eigentlich? Level 6, gell? Ja. Ähm. Ich bin tot. Ja. Ja. So ist das manchmal. Welt 6, ganz schön am Anfang. Welt 6 und die erste Mission davon aus dem Level. Wie auch immer ich das benennen mag. Hier eigentlich noch irgendwelche Wünsche, was das Spiel angeht. Auf der Wii hätten noch hier so ein Sportspiel hier von der Wii. Und auf der Xbox hätten wir auch noch... Also es sind Haufen Spiele für die Vita und auch Haufen Spiele für die normale Xbox. Also 360. Und ja. Das haben wir noch für Xbox. SensorSquid, oder wie das heißt. Dann noch ein paar Ballergames. Ein paar Zombiespiele. GTA. FIFA. Verschiedene Sachen. Ich glaub 15, 16. Ne. 14, 15, 16. Ich wollte grad sagen. Ähm. Ja, was gibt's noch? Ja. Ja, es sind auf jeden Fall noch ein paar, die wir da im Angebot hätten. Und dann halt noch Need for Speed und sowas halt. Übliche. Gezitterer. Ja, es ist ja Need for Speed, Moss Wanted. Und... Ich glaub Forza war auch noch mit dabei. Forza Motorsport. Und ich glaub noch irgendeins. Ja. Wer schaut denn jetzt hier alles zu? Zwei Zuschauer. Hm. Sehr reizend. Keiner schaut zu, keiner kommentiert. Ist doch langweilig. Mal mit Energy trinken. Schreib mal Kommentare. 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 Hm? Wo ist der Hoffmann? Was ist das denn? Warum Hoffmann? Keine Ahnung. Naja. Gut. Schreib Kommentare. Sag mal wie oft spitznetzt die Welt hier. Ich hab keine Ahnung. Sie Leute, wieviel Minuten haben wir denn schon? Ein Zuschauer. Hm. Schreib mehr irgendwie drüber. Wie Oma. So. Schreibst du nicht. Ich hab eben gesagt. Hab ich vergessen. Ja. Dann muss ich dir aufschreiben. Ja. Wenn ihr noch irgendwelche Wünsche halt für habt. Oder ihr vielleicht auch irgendein Spiel habt. Xbox 360 ist es jetzt. Müsst ihr mittlerweile auch fast jeder haben. Ist ja schon etwas älteres Modell. Gibt es ja schon günstig. Ja. So viele haben sie das gar nicht bestimmt mehr. Ja. Oder halt. Ja. Oder halt die PS3. Weil die PS3 halt auch online mäßig besser geht. Als Xbox oder Xbox Brothers. Für so eine blöde Mitschie-Mitschaft. Und dann musst du wieder bezahlen. Dafür bei der PS3 nicht. Duck dich. Oder nicht. Was machst du denn? Ja. Ja. Für die Leute die das in YouTube sehen. Schreibt mir dann mal Kommentare. 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 Ich meine es ist ja jetzt eigentlich. Mario. Ich kann mich noch ganz gut an erinnern. Damals an Game Boy. Da gab es das Mario. Gibt es da ja auch. Ich hab damals auf dem Game Boy Pokemon immer gezockt. Die gelbe Edition. Dann die rote. Hätten das noch von euch so gespielt. Hab ich mich auch damals auf dem Super Nintendo noch. Oder Nintendo 64. Das waren ja noch Sachen. Junge. Leck mich am Himmel. Nicht solche Ausdrucksweise. Ich hab ja gesagt. Leck mich am Himmel. So. Ja. Das ist auch wieder jetzt sowas. Für die kleinere Generation. Denk ich mal. Schau dir jetzt ja eigentlich alles zu. Ja bin ich klein. Drei Leute. Wow. Wer ist denn da? Spielst du auf der Wii? Ja. Natürlich ist das die Wii. Ja. Hab ich aber auch in der Beschreibung oder in dem Titel drin stehen. So liest du die Texte. Ne, 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 ne. Hm. Seh ich ja wie sie bei Oma ist. Hehehe. Es kommt aber alles auch sehr zeitversetzt an. Also manche Sachen, die kommen richtig spät an. Zumindest kann ich sie zuerst zu spät lesen. Unsere Alte. Hallo. Sie meint damit die Wii. Ach so. Jetzt ist es meine. Na ihre Wii hier, wie auch immer, die sie bei ihrem Zimmer stehen hatte. Ne, ich hab viele Leie gekauft. Mit so einem Geld scheiß haben wir nun auch wieder nicht. So. Hat eigentlich jemand an den Bildern Interesse vielleicht oder so? Das ist es ja nicht. So. Oh, sie hat es mal geschafft bis zum Speicherpunkt. Jaaa. Mal sehen, wie weit sie jetzt kommt und wann sie wieder verreckt. Das ist jetzt schon bestimmt das Dritter vor dem Mal, was sie spielt. Bist du nett. Ja, was denn? Ich befragte auch ständig. Jaaa. Ich bin der Eismann. Eismann. Ich bin der Eismann. Aber wo Eismann? Der war vorhin auch drüber. Ja, hab ich gehört. Er hat Bimmel, Bimmel, Bimmel gemacht. Er holt sich eigentlich auch mal so. Das siehst du mal ganz genau, gell? Ich möchte ja jetzt nichts gegen dicke Menschen sagen. Aber sobald der Eiswagen kommt, siehst du die Menschen mit einem dicken Bauch vor dem Eiswagen stehen. Erlärmdorn. Nicht. Also irgendwie ist das verhext. Also ich habe ja jetzt nichts gegen dicke Menschen. Es gibt ja auch manche, die haben davon halt... Du bist einfach ein bisschen dick. Krank, aber nicht so dick, dass ich meine Trommel schon hochheben kann. So dick bin ich schon auch wieder nicht. Wackel mal nicht so. Warte. Jetzt wacke ich extra für dich. Nur für dich. Ich trinke nebenbei noch. Von daher wackelt das ab und zu mal. Und ich muss es mit der Hand halten und das ist auch ein bisschen mit der Hand nervig. Ich brauche mal eine ordentliche Kamera hier. Ja. So. So. Besser, ja. Gräfin, was weiß ich, Marizar oder wie auch immer. Marizar. Ja, keine Ahnung, ist mir gerade so eingefallen. Okay, besser. Ja, noch einen Wunsch. Ja, den haben wir dazu bekommen. Warum auch nicht. Ja, du siehst, dass das Ding da kommt, gell? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich da hochkommen soll. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich da hochkommen soll. Na so. So sollst du mal mal bescheißen. Hallo. Bis jetzt war noch nichts zu bescheißen da. Na ja. Da muss man mal aufpassen. Auf jeden Fall sind noch ein paar Spiele halt von der Vita. Wer da Interesse hat, hier dieses wie Sport und so. Hier mit beispielsweise Golf spielen. Oh shit. Du hast gesehen, dass die kommt. Warum bist du nicht wieder nach oben gegangen? Bring mir bitte eine Cola. Warum Cola? Du darfst keine Cola trinken. Das habe ich noch nicht mal gelesen. Das kam bei mir noch nicht immer. Wieso willst du eine Cola? Jetzt kommt es erst beides. Wieso? Ich habe noch ein Wunsch. Haha. Na, weil du da gerade gestorben bist. Ja, haha. So wie viele Zuschauer haben wir mittlerweile? 3. Es wäre schön, wenn es mal 10 oder sowas werden. 3 Leute auch. Hm, ich träume nicht. Vielleicht ist das ja auch irgendwann mal so. Vielleicht noch mal irgendwann mal so viel Glück. Und sind dann auch mal 10 Leute da. Schön, Wärter. Das dauert immer so lange. was dauert immer so lange meinst du jetzt damit bitte was die tasten klimpern und erzähle was dazu warte ich teile mal sehr freundlich jetzt geht's los jetzt wird geteilt wird überall zu gespammt ja naja ja naja gott ist es halt mal so ja eigentlich macht man immer live stream macht steht ja unten rechts dann in youtube da wenn man auf dem browser auf dem lab hier das macht ihr dann rechts da teilen sie den live stream um halt weitere zuschauer zu gewinnen und sowas steht dann halt da wäre nun mal schön wenn ich mir irgendwann mal das ersparen könnt ihr mal hier mit dem handy dazu stehen und wenn das mal auf den app endlich funktioniert ja ich habe so mit dem app ausprobiert also wird die es jetzt noch nicht wissen aber da ist das bild alles so total verwackelt und verzögert und keine ahnung ich das beschreiben soll und also sehr alles zeitversetzt an und so kommt eigentlich flüssig an und das bild ist auch auch manchmal so dass jemals schon zum fünften mal hier wird sie jetzt dieses mal schaffen bleibt dran bleibt dran und gibt ihr die nötige kraft um dieses spiel zu machen drückt ihr die daumen alle daumen die ihr habt was wieder klar gesteckt ja freilich vollgas langsam tippt mir meine hand weh mann game over also das sind nicht alle meine anläufe er hat auch mal gespielt das sind alles sein an das konnte vergessen du tust du mal wenn der einzelne spiel zu bescheiden deswegen hast du so wenige gar nicht aber vollgas nie aber doch nein doch kreischt ist doch gar nicht egal fünf versuche er steht auf einmal fünf warum hast du schon wieder geschiedelt schieter 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 ich würde gerne schicken aber hier kommt noch nichts um vier zuschauer wow check your eigenen status warum wer ist dazu gekommen genau wer ist da müssen wir aus 1 ausgehen hier sonst ist das mit dem internet zu scheißer fachmängig gemischt einstellen hoch 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 so ja ist immer ein bisschen schwierig mit dem handy das zu machen ja die vögel melden sich auch mal ja die geben mir auch ihren senf dazu wer ist das denn dazu gekommen weiß ich nicht schreib gar noch was dazu wer kam check your kommt wieder hier und level to check ich bin Trumpstar keine ahnung das hast du selber an wie du das aussprichst na unabel to check aperture status keine ahnung was ist denn das jetzt go one go one go one Yvonne go Yvonne drei zuschauer eine gute drei zuschauer wer ist dazu gekommen wer ist dazu gekommen also was ist denn eigentlich hier mit der am am lila oder wie immer die heißt Amelia man ich kann das immer noch nicht warum schaut die nicht zu schäm dich was ja entschuldigung ich weiß mein dicken finger am bild guck mal finger 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 dreckscher finger so hab doch mal meinen dicken finger gesehen ja das war dann auch ziemlich so weil ich hier das handy auf so quasi so eine art es bleibt alle bitte drin warum das denn ich sehe es gelesen na 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 sie macht werken für dich ja sehr freundlich sehr freundlich bei den anderen kanalen habe ich ja damals immer nur hochgeladen hochgeladen also wer hat da mal gucken möchte hey auf Rix 17 da sind mittlerweile 100 ich schaue zu was ist das denn was ist das denn hallo wer bist denn du und schön dass du zuschaust hallo freu mich auch wenn sie ein bisschen mal chaotisch oder so ist aber einen lustigen sinne sagen wir es mal so ich würde auch gerne so fliegen mit den Dinger frei wie ein vogel musst du dir mal überlegen wir gehen einkaufen dann musst du äh flieg vogel flieg hast du so flügel dran und die einkäufe dann auch ja ja spielts ein bisschen wie bei zurück in die zukunft hier der letzte teil davon wo es alle mit fliegenden autos drauf sind was pastor stentieren naja 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 sene naja elizili kenny ich dich oh jetzt geht's los jetzt geht's los JOS Jaaaa Jamelia Jamelia, keine Ahnung Grüße dich Freue mich, dass du eingeschaltet hast Auch wenn ich jetzt schon zum zweiten Mal sage Naja, ich muss ja wirklich freundlich sein und jeden Zuschauer hier freundlich begrüßen Denn ich habe ja nicht ganz so viele, weil sie ja den Kanal ja erst vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen aufgemacht Und in YouTube in der Runde ist es schwierig da nach oben zu kommen Scheiße Solltest du aber eigentlich wissen, dass da hier ist Hallo, das ist Dennis Doch das ist doch egal wie ich heiße Was können die Leute mich da auch selber fragen? Merrilein Das ist Dennis Hallo, ich bin Klaus Sehe verdammt gut aus Ich bin Gertrud Hallo Na ja, wir müssten uns mal so ein paar Spitznamen machen hier Weil ich möchte, wie gesagt, eigentlich YouTube und privat getrennt halten Und das sage ich nur immer wieder gern Immer wieder Deswegen möchte ich auch nicht so, dass mein Name da so erschien Aber es ist ja jetzt erstmal egal Für die Leute, die es wissen, ist es okay Die würden mich auch gerne selber fragen Den erzähle ich es auch, aber das machen wir vielleicht später Weil da habe ich nämlich so ein paar Sachen vor Als Abonnenten Spezial Sache Also was weiß ich, bei 50 Abonnenten, bei 100 Abonnenten und sowas Da kann man sich ja dann sowas ausdenken Und da hätte ich mir das Oh Merri, es ist doch egal, oder? Was? Ist ja schön, dass du das den Leuten erzählen willst, aber Das können die Leute mich doch auch dann selber fragen, oder? Was hast du denn geschrieben? Ich kann gerade nicht sagen Na, und wer du bist Quasi Merri, das ist erstmal zweitens Oh, ich meine immer an der selben Stelle, Mann, ey Du siehst das aber, gell? Ja Wie gesagt, ich möchte das Youtube quasi getrennt halten Zwischen privat und dem Ist zwar nur ein Hobby Jamie, 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 keine Ahnung Jetzt habe ich jetzt ein kleines Helferlein Hm, das glaube ich nicht Wird es widerschieden, das ist alles Ja, Helferlein Ja, jetzt geht's bescheißen wieder los hier So, willkommen Leute Jetzt sind wir wieder an einem bescheißen Level angekommen Nein, guck, das ist ein Assistent Der hilft mir nur Ja, ja, Assistent, der bescheißt Guckt euch das an hier Nein, das spiel ich Ich spiele Ich hab jetzt nur meinen Charakter mal gewechselt Ja, 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 ja Ja, wie gesagt, ich kann es nochmal wieder wiederholen Ich möchte halt, dass das beides getrennt bleibt Also Später vielleicht, wenn wir auch ein bisschen größer sind Und dann haben vielleicht mehr Abonnenten Weil ich brauche auch irgendwas, wo ich sagen kann Okay, was wollt ihr wissen? Irgendwann mal als Abonnenten-Special Was? Also, hallo auch noch? Hallo Keine Schimpfwörter hier Und bitte ein bisschen mit Vernunft Und Ich bin ja nicht hier irgendwie Wo sie sich gegenseitig belöffeln können Das möchte ich nämlich nicht Soll normal ablaufen Und hier Beleidigungen oder sowas gehören ja auch nicht mit rein Möchte ich nicht Ach, guck mal, kann ich das? Ich super Ja, gern Sammelt sogar für dich alles ein Jetzt ist es so schön Spitzname ist eigentlich Hutzl Hutzli Hutzl Hutzl Ich bin immer noch Brigitte 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 Mit dem schlanken Haar Hä? Ne, nicht ne Hör auf mit sowas bitte, Mary Das ist nämlich nicht schön Ich tue auch nicht irgendwie jetzt was über dich schreiben Könnte ich auch machen, mach ich auch nicht Weil es soll normal sein, es soll ganz einfach hier auch Bisschen Ja Na gut, wie sag ich das jetzt am besten Bisschen mit Respekt behandelt werden das ganze Vielleicht von vorne weg soll hier halt Halt Normal zustande gehen und halt nicht irgendwie hier mit Beleidigungen oder Mal und Diskriminiert Diskriminieren oder irgendwelche Rassenfeindlichkeit oder sonst irgendwas Sind ja hier nicht im Kinderrat Mensch Eben Sind ja bisschen vernünftig geworden, ne? Was? Auch wenn man das jetzt so nicht sagen kann Aber sowas wie Arschloch oder sonst irgendwelche Beleidigungen oder Schimpfwörter gehören ja absolut nicht her Möchte ich auch nicht und verbiete ich auch den Leuten ganz ernsthaft Sonst fliegen sie raus Ja Kann man sie raus schmeißen? Ja, kann man Ich kann die Leute dann blockieren und fertig ist also im YouTube direkt Und deswegen ist das jetzt hier so eine Erstens eine Ermahnung und zweitens auch eine Ankündigung, dass ich sowas nicht haben möchte Für die, die vielleicht auch neu zuschauen dann irgendwann mal Weil auf anderen Kanälen, wenn ihr das seht, die machen Livestream und hier, was ist ich? Beispielsweise, ich hab mal mit jemanden zusammen in YouTube Genau Genau Lili Fee Nice Lili Entschuldigung Hättest du den auch, hab ich gar eine Stunde gekriegt? Dennis ist Dennis, das ist dein neuer Spitzname Was? Nee? Nee Mary bitte nicht Nee 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 will ich nicht heißen, Mary Ich hab dir grad was dazu gesagt Also, tu bitte jetzt auch ein bisschen normal drauf sein Denn ich will mich hier nicht zum Kaspar machen oder sonst irgendwas Weil Kaspartheater hab ich keinen Bock drauf Wir können Film drehen Mary allein daheim Ja trotzdem Ich möchte das ein bisschen auch nachdenken, bevor du halt sowas schreibst Ist nicht böse gemeint, aber ich möchte halt nicht hier irgendwie dumm angemacht werden dann von irgendjemanden oder sowas Müll, will ich nicht Das habe ich nämlich schon alles schon durch und fertig Was ich aber grad eigentlich letztendlich erzählen wollte Ich hab damals mal mit meinem armer Kanal mit jemanden zusammengespielt gehabt Der hat auch leicht wie man sowas gemacht Der bei dem lief das auch alles wunderschön Und dann will ich mir beispielsweise mal so eine Scheibe abschneiden halt Auch wenn ich mit dem keinen Kontakt mehr habe leider Daher dann der meinung ist, weil mehr abonnenten gekommen sind und mehr zuschauer Muss er halt die anderen Leute halt dann vernachlässigen quasi Finde ich zwar schade, aber gut, muss jeder selber wissen So, deswegen möchte ich halt nicht, dass irgendwie hier Was machst denn du? Du bist doch gleich im Ziel Ja, ich weiß, ich wär da aber hoch Da Warum denn? Dann krieg ich doch mehr Punkte Hier höre ich komm Siehste 400 Punkte Scheiße auf die Punkte Nee, scheiß ich nicht So Ja, dann haben wir doch mal das Level geschafft Nach den Superassistenten So, als hätten wir wahrscheinlich noch Weihnachten hier gesessen Hallo Spaß Dann den Pudi ich jetzt mal Ja, ich bin eben nicht Ja, das seh ich So, mich tut schon wieder die Pfote weh hier Welches nehme ich mir jetzt? So, ja Reicht oder links? Mary Mary, rechts oder links? Du kannst auch die andere mal fragen Die äh Oder nice lili, rechts oder links? Du musst auch die Zuschauer ansprechen Nicht immer nur die eine und selbe Person Sonst ist es unfair und ungerecht Ich möchte dir von jedem was bieten Ne? Wie gesagt, ich sag's nochmal dazu Für dich, ihr Lili So, links Wenn du irgendwelche Wünsche hast oder so Oder irgendwelche, keine Ahnung Möchtest mal irgendwas bestimmtes sehen? Einfach mal schreiben So Guck 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 Ja, diese Versetzung ist aber auch mit Ähm, quasi Ja Versteckte Wand Hat was auch mit dem Internet zu tun Wie halt schnell du die Daten empfängst Wuhuuu Spür mal mit steckte Kamera Wichtigen das? Ah scheiße Na du kannst Ja Was machst du denn du? Geld, Geld, Geld kommen meine Taschen, Taschen Immer wenn der Bildschirm schwarz wird sieht man meine hässliche Fresse Tätverbindung abgebrochen Hä? Fünf Zuschauer, wow Oh Ich bin ja beeindruckt Leute Ihr schaut ja doch mal bisschen zu Sind ja zwei dazugekommen Hi K M Ach du Hi, servus Ich hab vorhin bei dir ja kommentiert gehabt Grüße dich, grüße dich Ja Ich hab vorhin bei dem irgendein Video kommentiert Ich weiß gerade nicht welches Weil ich ein bisschen rumgeschnuppert habe Und halt auch für ein bisschen so viele Ideen gesorgt habe Und ja Hab mal auch Club abonniert gehabt Ich bin mir aber jetzt nicht sicher Also wenn du zuschaust, sei gegrüßt Ich sag jetzt auch noch für dich hier Bisschen Mario Bros auf der Wii heute mal Kein GTH 5 auf der 360 Bis jetzt noch nicht Bis jetzt noch nicht Vielleicht heute Abend Ich war damit du es auch weißt Und wenn du irgendwelche Wünsche oder Fragen hast Oder was war's da geil Willst du mal irgendwas sehen Mary, du musst jetzt nicht hier jeden fragen Hey, der schreibt aber ja Ja Echt? Loll Soll ich dich abonnieren? Ja Wen meinst du damit? K-M-N-Gang? Na bestimmt dich Naja, er kann ja auch Naja, er kann ja auch Dings meinen Mary Mary, du brauchst doch keine Videos Weiß ich doch nicht Weiß ich doch nicht Weiiii Aber ich kann ja auch Bin mir sicher Ich hab vorhin auch bei ihm kommentiert gehabt Das bin ich mir hundertprozentig sicher Weil ich kann mich an sein Kanal Bild erinnern Buch Ja, nicht wundern Also ich hab zwischendurch schon mal so Bildschirmfoto Damit die Kamera nicht ausgeht Alle Warum willst du alle abonnieren? Ich bin doch der einzigste Kanal gerade der irgendwelche Videos macht Auslassen abonnieren Wenn du abonnieren möchtest, bitte Kannst du gerne machen Ich bin ja auch immer sehr verfreut über neue Abonnenten und neue Zuschauer Buch Ja, wie gesagt, ich muss das halt so machen Ich hab zwar auf dem Laptop das quasi alles schon drauf Aber da muss ich nochmal die Einstellungen überarbeiten quasi Und ähm Mir quasi vielleicht Ich muss weg bei Ach schade, dass du schon wieder gehst Wer? Na der gerade dazu gekommen ist Schade, schade So Somit waren es nur noch Vier Drei Zuschauer Schade, schade Ey, wer ist aber der andere Zuschauer da? Weil es sind ja drei Zuschauer Du? Ja, wahrscheinlich immer noch diese Diese Ach ja Nein, Lili Entschuldigung, dich hab ich ja ganz vergessen Das ist sowas aber auch, gell Was ist denn jetzt hier? Ich verschiebe hier meine Statur ständig die ganze Zeit Ja Ja, das Bildschirmfoto muss ich immer machen Damit die Kamera nicht ausgeht Jeder weiß ja, wenn jeder auf seinem Smartphone quasi die Kamera öffnet Und macht darauf nichts Schaltet die sich nach einer Minute oder zwei Minuten ab Und nach fünf Minuten, ich bin mir jetzt nicht sicher Und das wollen wir jetzt hier nicht Dann seht ihr nämlich wieder mal einen Hintergrund Und das möchte ich auch nicht Wie gesagt, alles möchte ich getrennt halten Später vielleicht mal Ja, eventuell Kann ich euch so ein bisschen was darüber erzählen Wenn wir größer geworden sind Und ernsthaft Interessen vielleicht auch daran besteht Aber sonst jetzt auch nicht Wenn wir größer geworden sind Komm Wenn ich größer vom ab und hohen Rang und so bin Du wirst nicht mehr größer Dann nicht von der Körpergröße, sondern in YouTube Weil das geht ja da alles so ein Rangsystem quasi Aha Ja 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 Was machst du denn? Ja ich wollte gerade weglaufen Du provozierst wahrscheinlich wieder den Assistenten, habe ich recht? Nee Ich wollte gerade weglaufen Sie möchte schon wieder bescheißen Hey, das stimmt doch gar nicht Jojo Oh nee So langsam geht mir das Ich muss mir mal was einfallen lassen Ich brauche eine Webcam Eine ordentliche Zum hinstellen Für Livestream Ist kein Witz Mehr Räder weißt was du ins Hosen schenken kannst Sehr viel Zeit hast du nicht mehr Oh ne Monat hat der Käschler auch schon wieder gepopft So Das weiß ich Das habe ich jetzt nicht mit dir gesagt Ah noch Ja Und frischst du jetzt meine Kaugumis? Hallo das ist meine Kaugumis Hier Diebstahl hallo 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 Diebstahl Spiel lieber Ja das müsste ich den Kaugumnerfissen reinstecken Ähm Nee egal So jetzt habe ich ein technisches Problem Ja So wie findet ihr das bis jetzt Das war mir wieder klar Wie findet ihr das bis jetzt Dieses Mario Bros Und allgemein das kommentieren Quatschen Unterhalten Leicht wie mäßig alles so Huch Sagt mir was dazu Ich brauche doch mal eine Handyhalterung Irgendwie sowas Damit das Bild hier nochmal schön stabil bleibt und so Deswegen wollte ich mir ja eigentlich mein iPhone holen Das iPhone macht nämlich noch bessere Bilder als das Bin ich nämlich auch noch nebenbei dabei mir ein 5er 5s iPhone zu holen Ich habe zwar auch ein Gaming Handy extra dafür Nice Lili Danke für dein Feedback Hast du denn irgendwelche Wünsche was du mal sehen willst Ich hätte wir hätten noch für die wie Quasi hier diese diese Sportspiele was da quasi immer früher mal so Du machst es mit Absicht dass der mal Assistent wiederkommt Ich sehe es schon kommen Nein Ja 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 ich prob Ja ja dann streng dich ein bisschen an hier und dann steufe die Zuschauer nicht Weil die wollen irgendwann haben keinen Bock mehr das schon wieder zu sehen Ich streng dich doch an So ja wie gesagt auf meinem Kanal gibt es auch noch einen DJ Set Und natürlich auch noch einen anderen Spieler Wenn da jemand Interesse hat das machst du doch jetzt mit Absicht Nein Na sicherlich Nein Du strengst dich nicht mal an Das streng dich doch an Ja ja das sehe ich Ja Und wenn wir jetzt wieder nicht beim schwarzen Bildschirm Leute Mann Helft mir Das ist mir egal was ihr macht Wieso ist dir das egal? Fragezeichen Wenn ich das jetzt mal so erfragen darf Hätte ich dich jetzt noch gar nicht da bei mir Bei mir stand es jetzt gerade da Ja das WLAN wird wahrscheinlich nicht so ganz hinterher kommen hier Ja ich habe nebenbei noch Handy offen halt Um halt eure Kommentare zu lesen halt Weil es manchmal auf meinem nicht gleich erscheint 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 wie auch immer So sind wir wieder beim bescheißer Level Das tun wir mal Ja wir haben die Weil ich gerade eben auf die Frage zurück zu kommen Wir haben hier noch dieses ähm Sportspiele hier quasi hier mit Golf und Tennis und Bowling sowas Und dann hier noch glaubt Was war denn das andere? Wie hieß das andere? Äh gute Frage Keine nicht Ja ich meine jetzt allgemein Gibt ja mehrere verschiedene Sachen Gibt ja Dann klappt das nun War da war da nicht noch irgendeines dabei mit Oh fuck 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 Das ist das haben wir mal zwei Minuten nicht aufgepasst Das sollte nicht passieren Ja wir haben hier ein bisschen umgeräumt Hallo 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 Wir haben ein bisschen umgeräumt gehabt Weil wir hier noch ein paar Sachen dazugeräumt haben Halt also vom Schlafzimmer quasi vorgeholt Damit wir hier vorne halt auch Musik und so haben Weil wir öfters mehr sich hier vorne uns aufhalten quasi Deswegen sieht das hier ein bisschen auf dem Tisch Bisschen chaos mäßig aus Steht die Anlage quasi Das steht die Wii Das ist Das steht die Xbox Das steht drunter Das steht der WLAN-Boot da Ja quasi Festnetz und Co Aber das ist ja egal Ja Rekorder für den Fernseher Mit Blu-ray-Player So Ja jetzt gucken wir uns quasi wieder den Assistenten an Ja auf der Xbox hätten wir noch GTA 5 Ähm Ascens Squid Ein paar Ballerspiele Was ihr wollt das ist mir egal Ja was meinst du denn damit Ist dir egal was du dir anschauen möchtest Ist dir egal was dir unwichtig ist Oder inwiefern meinst du das mit dem egal Ja das ist ja halt egal Dann kann man halt ja frei entscheiden Oder meinst du das wir frei entscheiden können Weil du einfach zu wuchst und kommentiert Na ich muss ja erfragen Weil ich weiß es ja nicht Es ist ja mehr Kann man ja in mehreren Varianten Halt Ist mir egal Egal kann ihr Ist mir doch Bock was was der macht Oder was die machen Scheißegal Interessiert mich eh nicht so ungefähr Oder Na ja ist mir egal Ich gucke halt überall halt mal mit rein oder so Oder zu Ja ich bin eher das zweite Du bist immer so negativ Ne ich sehe es von mehr Varianten Hm Klar So wie lange geht das eigentlich schon Wir sind jetzt bei Minute 32 Wow Halbe Stunde schon What the fuck GTA Fragezeichen Ja ihr könnt entscheiden Ja ihr könnt entscheiden Ja Ja Ich möchte mich heute wieder wieder aussehen Doch schon bitte Du weißt jetzt da schon wieder irgendwelche Menschen umfahren sehen möchtest Nein Wir können aber nicht immer dasselbe machen Das langweilt auch irgendwann mal die anderen Zuschauer weil Ja Heute Abend aber wieder geht ihr aus Ja Heute Abend aber ich meine jetzt Nein Sticky schreibt ja ihr könnt entscheiden Das habe ich schon gelesen Achso Ich muss mir noch was ein verlassen Das quasi hier das alles so bisschen einfacher läuft Dass ich mich hinsetzen kann und so Muss ich mir mal Gedanken machen Vielleicht hat der eine oder andere auch Tipps dazu Klar eine Kamera holen wäre auch nicht schlecht Allerdings muss ich gucken ob das dann auch mit einem live stream Verbindung geht Guck mal wie schön der Assistent das macht Warst du nicht gerade eben schon in dem Level Das mache ich Ja ich bin der Weyer Game Over Oh da müssen sich die Leute das jetzt schon wieder alles anklötzen Da kann ich ja nichts für Ja wie gesagt auf meinem Kanal Der kommt auch so hoch Weil der mit Schwung macht Ja hab ich ja auch Gibt es noch GTA Dann gibt es noch Euro Truck Dann gibt es noch ähm Was hab ich denn noch Need for Speed Nein Nein Scheiße Portos in Arms 3 Ach Gott Mann Ja Was heißt Ich will ein anderes Spiel spielen Okay Was sind schade Jetzt frage ich mal so Was wollen sollen wir spielen Wo mal raus Dass wir mal so bisschen spielen Ich will das nicht mehr spielen Ja aber zu mir sagen ich verliere daran schnell die Lust Ja ja ist klar Immer die Kerle sind an allen schuld Ja Wir haben natürlich auch noch so ein Denkspiel quasi Das sind wir ja quasi so zwei Brüder Ich weiß ja nicht ob ihr das schon mal kennt Sind wir quasi so zwei Brüder Und müssen da quasi so ein Fall auflösen Nee das will ich jetzt nicht spielen Das war cool Da können wir denken müssen auch die Leute mitdenken Vielleicht auch eine Entscheidung treffen und Tipps und Tricks Hier auch immer Das ist uncool Ist es nicht Doch aber vorher keiner Ja Super Mario Galaxy Ja dann gib mal her Super Mario Galaxy Entweder das Mario und Sonic Nicht das mit den Brüdern Du hast gar kein Mitsprachrecht Wenn Lilly sich dafür entscheidet dann machen würden wir das machen Mario und Sonic Olympische Spiele Bielen steht da drauf Bielen steht da drauf Bielen Das ist hier mit Skifahren Äh Snowboard fahren Und sowas Da würde ich aber auch mal spielen dann FIFA 11 hat man noch ein Angebot Wappt Dann das ist das was ich gerade eben erzählt habe mit den Brüdern Die Hardy Boys Quasi kann ich auch mal kurz rumdrehen Dass man das mal kurz seht Da ist das was ich meinte dann Da sind wirklich die Brüder und müssen da quasi so Fall auflösen Guck mal Star Wars Und natürlich Star Wars Ich weiß zwar nicht wer sich das so alles gedacht hat mit den Star Wars Ja wie Sport Ja Da bin ich auch der Meinung Gut Alles klar Ja Ich würde nur ganz gerne auch mich auch mal hinsetzen wollen Kart Ja was denn jetzt halt So ja jetzt haben wir eins gegen eins Ich weiß gar nicht wo Kart ist Ist grad nicht dabei Resport Resport Irgendwas Resort Resort Und dann lese ich nicht wieder was lese ich denn schon wieder für eine Scheiße Hier steht Resort drauf Achso Also machen wir das Ja Ist natürlich auch so dass es Hallo ich bin wieder im Bild Guckuck guck 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 Da seht ihr meine hässliche Larve Musst erst das so beenden Haa vergesse wieder wenn mein Lieddienst Boah immer wenn ich hier die Kamera halten muss Einmh Ist das falsche glaube Boah wie einstellungen sehr geehrte damen und herren jetzt sehen wir hier wie sport live ja ich meine ich doch das geht ganz schön in die arme ja da war nicht so man handelbank ja fotokanal steht doch da wer hat eigentlich alles noch diese wie ein foto fragen darf es war ja damals vor dem haus fünf jahren sechs jahren sieben jahren ich täusche mich jetzt schlecht erst wieder falsch rum eingemacht hast du wahrscheinlich falsch um eingemacht ich könnte meinen arsch drauf verwenden wetten das ist lecker das ist lecker ich habe noch nicht bekommen bei mir ich habe ja keine mehr du die war wenn dann euch nicht du genau was hast du für spiele nice lily so nicht mal fragen darf aber was sollst du so am liebsten wenn du die noch benutzen solltest ja da dürfte wieder entscheiden müssen wir natürlich bis langsam machen weil das bisschen zeitversetzt ist damit alle leute in daher kommen dann noch mal die beschreibung wie ihr den controller zu halten habt quasi ja habe ich hast du das andere ding auch ja ich habe einmal füßen gut 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 so willkommen so wie es so was machen wir schwer kamen bogen schießen bowling luftsport radfahren kann ufer das ist jetzt gut durch denn es gut was ich mal gut so wie das heißt mein dicken finger wird aber ihr sollt nicht sehen was für ein chaos dahinter herrscht also wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben so was nehmen wir für den ganzen ihr dürft entscheiden dann 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 bowling 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 da verlierst du doch wieder ich will aber auch mal spielen ja musste mir mal den anderen komponieren dann mache ich dich an, dann müssen wir uns halt immer tauschen ja, oder warte mal ich wollte mal ich muss hier zwischen da ja auch drücken sonst geht die kamera wieder aus dann habe ich schon nicht gekonnt davon so jetzt machen wir mal ausnahmsweise mal zwei spieler mal sehen, ob wir das so handhaben wie ich mir das so vorstelle ich hoffe das klappt dann auch so, wir müssen uns ja sowieso dann mal abwechseln so, inzwischen schon mal ein Bildschirmfoto machen Foto machen da ist doch Hutzl Hutzl, Hutzl, Hutzl kommt und fragt mich ja nicht, warum ich auf den Spitznamen gekommen bin lange Geschichte du bist auch klar, rechts am Nase, weil ich weiß ja sicherlich na gut dann kann ich das einigermaßen ich muss noch aufpassen, wenn ich dann mit Bowling anfange nicht, dass ich die Kamera hier in die Ecke schmeiße das wäre doof guck mal was für ein Rekord tada wie soll ich das jetzt machen das ist doch nicht dein Kopf rutsch mal hallo Plätscher, Plätscher, Plätscher ja natürlich cool, wenn ihr dann noch ein Kommentar dann unter das Video setzt wenn das dann in YouTube hochgeladen ist und natürlich gefällt mir da ist dann will ich mal voll da nehmen hä, warum, 30 noch da ja ja, also ah, scheiße hä, da hab ich eigentlich gar nicht hingemacht, aber das was noch du musst doch gucken wie du den Controller hältst ja, ich hab mir auch angefangen so, jetzt bin ich bei Hutzl dran so das ist natürlich zwischendurch immer hier mal auf die musst du nur mal zwischendurch immer mal hier so runter drücken das dann macht es quasi Foto dann na, du musst dann nur hier man merkt wieder, wir wechseln die Kamera so, und dann musst du nur einmal ganz kurz unten so nach unten drücken, dass das quasi Foto macht damit das dann nicht wieder ausgeht und natürlich auch passend darunter wo die Eingang äh, für naja, ich hab's doch jetzt so, wollen wir mal gucken hier, wie wir das jetzt mal spielen ich tue mir ein bisschen bescheiden hier Techno Party, Techno Party äh, äh, äh naja, auch nicht besser ich beschwere mich hier über andere Leute und bin's auch nicht besser so ja ja, das wollen wir nicht mal schauen jetzt, Rutsch ja ne doch, ich möchte das 100 mal sehen aber wir müssen uns einfallen lassen, dass wir sowas beispielsweise nicht nochmal haben nochmal das Kamerain und Herke Wechsle hier Ach cool leer, weil mein Handy ist nämlich auch schon richtig heiß durch das live stream aufnahmen machen und so so gesagt was machen wir kleiner fest bleiben klärer spinnt ja wo ich mein handy nicht mehr los muss die ganze box mitnehmen die ganze box vom radio mitnehmen ja ich brauchte quasi eine gerade ein geraden untergrund und ihr das ist echt viel kacke hier der tisch ist vor dem weg war der kleine moment das haben wir gleich jetzt besser kann ich mich auch wieder ein stück rauszummen ich gehe mal schnell mit mir runter mit dem hund alles klären abgerutscht doch noch mal so dass immer auch dann wieder näher dran nicht vergessen drücken das kabel von letztendlich hier im weg habe ich doch gerade so wollen wir schauen hier ob man das ist dieses mal entgegen jetzt machen wir mal ein paar zwei tipp gebracht denk dran da ist so genau kann man das mikrofon das mikrofon vertexte nicht mehr machen wir mal ein ob stumm so du bist la 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 wie gefällst du denn die lieben es ist wirklich voll am abkacken merkt das schon zwei zuschauer es geht schon von der dreiviertel stunde freut mich wäre cool wenn du dann eventuell dann auch immer den link dann teilen du bist damit dann auch noch mehr leute zuschauen wäre ich dir sehr dankbar weil ich habe den kanal erst vor paar tagen vor wochen schuldigung aufgemacht und quasi mir fehlt noch die zuschauer kristallin ich hoffe ich mal ich bin multitasking fähig nehmen gleichzeitig auf und mach gleichzeitig noch ich bin runter sie sagt gut habe schon gelesen wort der fack warum bin ich denn heute so voll am abkacken sonst gewinne ich doch immer weiß ich nicht von jetzt habe ich bessere sicht weil du auf der couch stehst lol mach die wiederholung doch mal ständig weg nein doch ich gehe mir mal in specialhaft ein nice quai mal angucken ah ja specialhaft gibt doch gleich einfach specialhaft ja jetzt komme ich mhm weil du einmal getroffen hast du was lol das bin ich jetzt schon wieder dran so mal schauen hier ja ja ist ja okay ruhig dich brauche noch technoparty technoparty ach bin es naja was ich möchte ich muss aufholen sehen noch mal das weg rotzen man ja das vergesse ich immer wieder mensch ich habe 23 das ist gar nicht gelesen gerade ich habe 23 ne 54 punkte ach bin es gerade mal woher da muss auch so sagen die drohung nicht weggehe so ja so was er darf das mal hier auf meinem special kanal volle konzentration hier werden wir es schaffen trimmelwirbel verkleidung nicht da gerade diese eine kugel bambu babi oder mit der zufrieden das heißt die wiederholung dieses mal weg gemacht das einzige was mich jetzt noch ein bisschen an kurz doch schon so nah an dem links dran sind so leichte streifen auf die bild so anscheinend wieder ein stück zurückgegangen ist mein dicker finger wieder am weg es nervt mich jetzt natürlich bis nach durchaus jetzt war da dran sind sie mal jetzt natürlich streifen vom fernseher das ist ja von fernseher abzeichnen sind auch ein bisschen meine hand hier ab kater bumm warum steht da nur eine kugel kegel eine kugel das ist ein kegel egal meine tulpen spät wie gestern das ist ein paar 2 2 3 3 4 3 4 aber die zuschauer 5 5 bis kubus 5 bis kubus da war da war da war da war da machst du jetzt mal ja gut ich bin ich bin ich es noch mehr anwesend hallo leute schreibt es mal rein schreibt es in die kommentare mein dicker finger im weg mein dicker finger im weg tränke ich mal ein bisschen mehr an ich rufe auf was macht das denn das war scheiße mein luftnummer ich habe natürlich eine kugel stehen wie immer nichts neues ist noch jemand anwesend leute leute hallo 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 leute hu hu bitte mal schreiben hat überhaupt niemand interesse an landwirtschafts-imulator oder sowas weißt du doch gar nicht mensch ein landwirtschafts-imulator ist ein schönes spiel vielleicht ist er bitte kugel fahren ist ein schönes spiel freut mich lilifee nein 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 ich sage immer lilifee entschuldigung was bei mir jetzt den namen lilifee irgendwie keine ahnung so werden wir jetzt mal einen strike erreichen nein ich weiß es nicht schauen sehen sie selbst wie ich abkacke katschi dann geht die kugel nur sowas nach rechts ist doch scheiße so jetzt werden wir heute mal hier den ultimativen ablosen sehen aber eine kugel okay egal ich sag kugel ach ja was gab es heute eigentlich bei euch zu essen was fing es jetzt mit essen an keine ahnung ich hab schon wieder hunger da ist immer noch eine schräge wand ganz schön war mit zitrona übrigens öffnen sie mal bitte das fenster gleich sofort ja das ist eine elektrische fensteröffnung für dachschrägen das wär doch mal was schön drauf bitte wenn ich mal sofort bin abzustehen kann man das so schön öffnen schließen ja eine temperatur hätten wir auch nicht schlecht was sagt zwei da draußen ich bin warm ich glaube ich geh nach in den garten du in den garten treffen wir dieses mal nein treffen dieses mal kein strike so das wird ja mal schlechter heute hier leute ich brauche unterstützung ich brauche unterstützung ich habe 134 710 oh man ich bin schon wieder voll am abkacken hier ja sowas könnte auch öfters mal auf meinem kanal erscheinen wir haben solche sachen spontan sachen wie hat gerade die zeit hat ist ganz schön auf leute 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 es wird ein spannendes duell ein spannendes duell hier auf meinem kanal ich würde gerade wie ich das dann benennen tue ich zog ja ich muss es dann in der beschreibung dann nochmal aktualisieren weil es ist ja nicht nur ein spiel was wir jetzt hier machen du bist ja immer noch achso achso ja weil es die letzte runde ist und meine von ihrer voll komm gib mir ein strike scheiße so ich hoffe dass ich jetzt mal gleich ordentlich was weg holen kann damit wir nochmal aufholen können da ach ne wir können da gar nicht machen oben ich wollte nachher zu dir ja und ich weiß nicht wie lange die bleiben die sind wieder zu hause wenn die gar nicht dort ist die sind wieder zu hause ich hab hundert achso ich muss nochmal ich fall dir doch voll like a boss junge ha 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 danke schaut euch dieses an wie ich dieses letzte tor gemeistert habe leute 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 geil jetzt euch gefallen ich bräuchte mal so eine applaus kulisse rekord sogar juhu hutz hat neuer rekord hutz hat neuer rekord ja guck dir mal mein rekord an du ja du hm bitte keine diskriminierung hier ich habe das schon mal erzählt das geht auch an dich das meine ich ernst guck mal meine punkte so was wir mal jetzt das ist eine gute frage ich wollte gerade schon wieder Lili Fee sagen nein Lili was zockt man jetzt du darfst entscheiden als neuer abonnent zuschauer was auch immer ich weiß ja nicht ob du jetzt nur noch zuschauer bist oder ob auch mich abonniert hast ja es gab eigentlich auch mal einen fernseher wo wir hätten das hätten aufzeichnen können quasi dann so in youtube setzen können aber der fernseher naja da ist er vom tisch runtergefallen aus mir nicht unerklärend waren können ja man stellt ja auch nicht im fernseher in die küche um fernseh klopfen zu können na doch ich wollte ja beim kochen fernseh kuchen also ich sag dazu nichts mehr also dem hab ich sie nicht runter geschlossen du hast warst aber damit dran schuld weil du hast ja mit dahin gesetzt hingestellt zwei zuschauer zwei zuschauer was spielen wir jetzt was spielen wir jetzt das kommt ganz schön zeitversetzt wieder an irgendwie schon wahrscheinlich wegen internet dann sind es wieder so eine zeit wo viele leute im netz sind dann dauert die übertragung wahrscheinlich ein bisschen naja wenn ich entscheidende selber einfach mal eine runde basketball oder so ja das würde ja sowieso egal sein hat er gesagt naja ich würde aber an der runde nach der nach den runden machen wir dann auch mit dem erst mal ein ende denn es ist schon lange genug und mein handy brauche auch mal eine pause wir tun schon die arme weh langsam vor dem ständigen handy gehalte und so und ja kann ich nicht weil ich hier auf die kamera achten muss ich bin wieder da schön für dich freut mich dass du wieder eingeschalten hast dann nimmst du jetzt mal den ball ja irgendwie geht das kann ich richtig jetzt so wie viele bälle wird sie schmeißen was meint ihr gibt eine stimme ab wie viel sie machen wird wir haben ja noch 1 2 3 4 sachen für uns glaube sieben bälle oder so ich bin es nicht 2 4 6 5 bälle sind es glaube oder dann musst du dann auch immer hier übernehmen sonst wird das scheiße ich kann nicht richtig spielen scheiße 16 hallo knapp daneben ist auch vorbei aber guter tipp schon mal so jetzt musst du hier übernehmen weil es bin ich an der reihe vergess nicht so wie ich halte naja heißt weißt du was das heißt so ist es doch mal da feinmische hier mal am berg mal daneben das wird an die steuerung gewöhnt wo 20 nein wie gesagt 20 das war noch von dir habe ich eigentlich geschafft ich habe ja nur 18 geschafft aber nach dran das ist ja schon drüber meri also auch nur das darf ja nicht mal sein sonst wird es ist ja weit gut nur los mit mir du bist mit nicht immer dass du ihn nicht immer bei dem spiel Hallo letzter Platz 31 Nene Nenen Nene euer ich ist jung 25 für jeden die ist auch schon das schief dafür so So, jetzt kommt erst bei mir hier 20 rein, 14, 20. So, ich wollte ausmachen. So Leute, ich bedanke mich erstmal so an der Stelle erstmal fürs Zuschauen. Wir werden vielleicht heute Abend nochmal einen machen, je nachdem wie es dann zeitlich in Erwägung ist. Denn mein Handy braucht so langsam mal eine Pause. Und auch, ich wollte mich ganz gerne mal hinsetzen langsam, weil ich die ja die ganze Zeit, wenn ich Livestream mache. Laptop überarbeite ich nochmal meine Einstellungen, dass wir dann auch mal von dem Laptop aus Livestream machen können. Vielleicht auch da überall mal ein Spiel oder sowas. Sie haben gerade mal reingekommen, natürlich. Ja, vor 5 Minuten ist reingekommen. Kann ich leider nichts für. Vielleicht mal schauen nochmal jetzt vom Handy aus. Eins, ein Spiel, muss ich mal gucken, wie die ja Livestream. Nee, ich wollte das auch aufhören. Ich meine vom Handy, ich vom Handy. So soll ich sagen. Wer hat gesagt schon, ciao. Ciao oder war anders geschrieben? Tee kommt davor noch. Ich bedanke mich auch für ein nice Lied, dass sie zugeschauen hat. Wollte mich freuen, wenn du ein Abo dalässt oder dann später, wenn das Video online ist, in YouTube einen Kommentar noch unterlässt und meine anderen Videos anschaust, die schon im Netz drin sind. Und ja. Ich danke mich für's Zuschauen und an der Stelle machen wir erstmal Schluss. Bis später, bis vielleicht heute Abend. Schaltet wieder ein bei dem nächsten Livestream. Mich würde es freuen, wenn ihr mich unterstützt. Was meinst du mit megacool? Was hast du Schüss gesagt? Ja und? Ich kann noch kurz warten um meine Frage mal noch beantworten. Hör doch mal, ich könnte es euch mal ganz kurz zeigen. Hier meine Videos. Machen wir kurz noch mal Werbung auf meinem eigenen Kanal. Spinner. Da ist der Spinner. Mein Akku ist leer. Ja dann ist halt dein Akku halt weit leer. So, ihr könnt noch mal ganz kurz gleich meine Videos schnuppern gehen. Dein Video hat sie gesagt. Achso. So, ich brauche noch ein Kanalbild. Falls ihr da, aua mein Steiß. Aua, fuck. Falls ihr da noch irgendwelche Interessen habt. Oh, 22 Aponenten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das gefreut mich. Da lacht mir die Sonne. Zwei mehr Geburtens. Da seht ihr Euro Truck Simulator 2. Ich brauche noch ein Kanalbild. Da haben wir noch Wohnwagen Express, Vorgeschmack, Livestream. Dann natürlich, ich werde euch empfehlen, schaut auch mal bei den DJ-Set vorbei. Das andere ist in Soundcloud. Da kann ich euch mal kurz zeigen, wie sich das anhört. Ich habe zwar gerade eben eigentlich Tschüss gesagt, aber okay, die Zeit nehme ich mir jetzt noch für euch. Und ja. Könnt ihr noch mal kurz gucken hier. Mach ich eigentlich nicht. Aber für euch, ausnahmsweise heute mal, weil es so gut gelaufen ist, mach ich das mal. So, da sind wir auch schon. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Wie ich hier, ach hier ist mein Profil. Da heiße ich. Da, so. Da. DJ-Hütze. Ne? Ich wollte nicht so TV nennen. So, wo sind da die Tracks? Hier sind die Tracks. Da, ähm, ihr seht ja, ich hab ja bestimmt auch schon in YouTube gesehen, dass, äh, quasi, ähm, dass einer nicht verfügbar ist an, äh, an Musik hier, lass dein Herz tanzen. Und deswegen habe ich das in, äh, Soundcloud hochgeladen und wir können mal ganz kurz reinschnuppern. Müsste ich natürlich auch lauter machen dann. Ist laut. Ja, es lädt gerade noch kurz. Mein Internet ist wahrscheinlich gerade wieder am Abspacken hier. Loll, Zuschauer. Du hast Tschüss gesagt. Ja. Naja, für die Leute, die das jetzt noch in YouTube sehen, dann... Na, komm. Deine Netzwerkverbindung wurde offenbar getrennt. Ich verprüfe die Verbindung und versuche es nochmal. Dann müssen wir die Seite nochmal neu laden. Naja, für die Leute, die das dann in YouTube sehen, können sich das dann anhören. Bei mir wird es jetzt wahrscheinlich nicht, äh, abgespielt werden, weil irgendwas mit einer Netzwerkverbindung nicht so stimmt, wie ich mir das vorstelle. Na, komm. Ach, jetzt aktualisiert es erst. Na, komm. Ach ja, Leute. Vorführeffekt. So, jetzt aber. Hoffe ich mal, dass es funktioniert. Hallo. Wer interessiert es an? Nicht, oder? Nein. Die Boxen sind etwas leiser, aber egal. Von hier sind. Genau, da lacht das Herz uns was zu fressen gibt. Genau, da lacht das Herz uns was zu fressen gibt. Viel Spaß beim Hören dann. Für die Leute, die das dann in YouTube sehen, könnt ihr mal vorbeischauen. Twecks sind online, können auch vielleicht runtergeladen werden. Ich weiß es nicht, wer Interesse hat. DJ Hutsu fühle die Musik ist in YouTube drinne, könnt ihr euch da anhören. Und hier. Ja. Ja. guckst du auch noch zu? So, ich habe euch gleich einen Vorgeschmack gebracht und wünsche euch dann noch viel Spaß bei meinen weiteren Videos in YouTube. Macht's gut, Leute. Tschüss.